Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks. Ja, jetzt haben wir die nächste Aufgabe. Besuche in der Wüste oder nahe eines Seas. Ein Denkmal zu Ehren eines Würfels. Ich werde euch beide Locations zeigen. Jo, und dann gehen wir mal rein in das Match. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items Shop. Sofort U gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, es gibt hier zwei Locations. Die eine Location ist hier bei Loot Lake. Die andere Location ist hier bei Paradise. Da könnt ihr es dann auch nochmal sehen, das sind die beiden Locations. Da es jetzt von der Map her für mich besser ist, lande ich hier bei der von Loot Lake. Und ich würde sagen, viel Spaß machen, das ist hier bei der von Loot Lake. Ich werde es um den Extink-Mann da unten ist es da ist das denkmal gibt es auch direkt eine waffe hier das ist das denkmal ich zeige euch noch mal die location ist es auf dieser kleinen insel hier ja ja glückwunsch dann habe ich das auch von ich zeige euch trotzdem jetzt noch die zweite location ja da landet der andere typ weil er ist sogar da und will es mir versauen so wie es aussieht kann das sein ja so das wäre auf jeden fall die zweite location gewesen ja wenn es euch gefallen hat lasst mal mit dem daumen nach oben da schreibt was die kommentare auch nicht den kanal und schadet es nix momentan wenn es wieder heißt fortnight tipps und tricks mit dem in gleich shot rein macht's gut bis dann und tschüss